Grund 4 der Artikel-Lösungen für Datenmanagement und Zusammenarbeit, Erfassung und Konstruktion kopieren In diesem Beispiel wird gezeigt, wie eine Baugruppe über die Eigenschaft Benennung gesucht wird. Anschließend wird die gewählte Baugruppe und einige Teile dieser Baugruppe kopiert. Die Nummernvergabe der neu kopierten Teile erfolgt automatisch durch ein konfiguriertes Nummernschema. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017